Als Profiler komme ich aus der organisierten Kriminalität. Ich sage gleich dazu. Aufklärung, nicht Ausführung. Mich hat nämlich mal einer in der Pause gefragt nach einem Vortrag. Da muss er sagen, warum hast du die Seiten gewechselt? Nein, habe ich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du unlautere Abkürzungen machst, wirst du dafür ganz bitter und böse bezahlen. Meiner Meinung nach ist Integrität der einzige Weg, der nicht in die Irre führt. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.